Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video möchten wir dir einen Multikocher vorstellen, der dein Küchenerlebnis auf ein völlig neues Level heben wird, den Krups CZ7158 Cook4Me Plus Connect Multikocher. Dieser innovative elektrische Schnellkochtopf ist randvoll mit Funktionen und besticht durch eine Vielzahl von praktischen Features, darunter eine kostenlose App und Bluetooth-Steuerung. In diesem Review werden wir dir die Vorzüge und eventuelle Nachteile dieses Geräts näher bringen. Beginnen wir mit dem Design des Krups Cook4Me Plus Connect Multikocher. Dieses beeindruckende Küchengerät hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 4 Litern und besteht aus hochwertigem Kunststoff, der nicht nur leicht, sondern auch äußerst robust ist. Das schwarz-graue Design verleiht ihm eine moderne Optik, die sich nahtlos in jede Küche einfügt. Die Chromakzente auf der Oberfläche verleihen ihm zudem einen Hauch von Eleganz. Mit Abmessungen von 35,4 cm in der Tiefe, 37,6 cm in der Breite und 35,6 cm in der Höhe findet er selbst im kleineren Küchen problemlos seinen Platz. Der Krups Multikocher beeindruckt nicht nur mit seinem äußeren Erscheinungsbild, sondern auch mit seiner beeindruckenden Leistung. Dank seiner starken 1600 Watt Leistung bietet er genügend Power, um deine Gerichte im Handumdrehen zuzubereiten. Eine besonders interessante Funktion ist die innovative App-Steuerung, mit der du das Gerät ganz bequem über dein Handy steuern kannst. Diese praktische Innovation erleichtert die Bedienung des Multikochers erheblich und sorgt für zusätzlichen Komfort in deiner Küche. Ein herausragendes Merkmal dieses Multikochers ist die riesige Auswahl an Rezepten, die er bietet. Mit 150 vorinstallierten Rezepten kannst du deiner kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen. Doch das ist noch nicht alles. Über die Cook4Me App, die völlig kostenlos zur Verfügung steht, hast du Zugriff auf hunderte weitere Rezepte, die du direkt auf dein Gerät übertragen kannst. Diese Bluetooth-Verbindung zwischen dem Cook4Me Plus Connect Multikocher und der App eröffnet eine Welt voller Geschmacksmöglichkeiten. Du kannst sogar deine persönlichen Lieblingsrezepte in der App speichern und sie dann problemlos auf den Multikocher übertragen. So hast du den Kochfortschritt jederzeit im Blick und kannst deine Küche optimal organisieren. Der Multikocher verfügt über sechs praktische Kochprogramme, die eine breite Palette köstlicher Gerichte abdecken. Besonders beeindruckend ist die Schnellkochfunktion, mit der du frische Speisen im Nu zubereiten kannst. Mit dieser Funktion kannst du bis zu dreimal schneller kochen und dabei im Vergleich zum herkömmlichen Kochen auf dem Herd bis zu 80% Energie einsparen. Das ist nicht nur zeitsparend, sondern auch umweltfreundlich und kostensparend. Neben dem Multikocher selbst umfasst der Lieferumfang des Cook4Me Plus Connect eine Vielzahl von Zubehör, das deine Kocherfahrung noch angenehmer macht. Du erhältst 150 vorinstallierte Rezepte, einen Dampfgareinsatz aus hochwertigem Edelstahl, einen Kochbehälter mit zwei praktischen Griffen für eine komfortable und sichere Handhabung, ein abnehmbares Stromkabel für eine platzsparende Aufbewahrung, ein Rezeptbuch sowie die Möglichkeit über die kostenlose Cooks Rezepte App auf über 1000 zusätzliche Rezepte zuzugreifen. Dieses innovative Gerät beeindruckt mit seinen leistungsstarken 1600 Watt, der großen Rezeptvielfalt über die Cook4Me App und der zeitsparenden Schnellkochfunktion. Der Multikocher ist äußerst benutzerfreundlich, auch dank der App-Steuerung, und bietet eine umfangreiche Palette an Zubehör, um deine Kocherfahrung zu bereichern. Mit diesem Multikocher kannst du nicht nur köstliche Gerichte zaubern, sondern auch Energie und Geld sparen. Dank seiner Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ist der Cooks CZ 7158 Cook4Me Plus Connect Multikocher eine kluge Investition für jede Küche. Wir sind von seinen Funktionen beeindruckt und empfehlen ihn allen Kochbegeisterten, die ihre kulinarischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben möchten. Bei Amazon erreicht der Cook4Me Plus Connect Multikocher eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 1100 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei knapp 200 Euro und damit 55% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 440 Euro. Das war's mit unserem Video über den Cooks Cook4Me Plus Connect Multikocher. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Cook4Me Plus Connect Multikocher zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Multikocher von Krups haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.